Die Heereslogistik-Truppen sind eine Truppengattung im Heer der Bundeswehr, die zu den Einsatz- und Führungsunterstützungstruppen zählt. Hauptaufgaben der Logistik-Truppe im Heer sind der Nachschub für das Heer, die Instandsetzung der technischen Ausrüstung des Heeres und allgemeine Transport- und Logistikaufgaben im Heer. Auftrag Aufträge der deutschen Logistik-Truppe sind vor allem die Versorgung der Truppen des Heeres. Im militärischen Sprachgebrauch, Nachschub und die Instandsetzung der Geräte, Fahrzeuge und Waffen des Heeres. Die Heereslogistik-Truppen sichern damit die Einsatzbereitschaft und Kampfkraft des Heeres. Kräfte der anderen Teilstreitkräfte und militärischen Organisationsbereiche können bei Bedarf unterstützt werden. Die Instandsetzungs-Truppe trägt dafür Verantwortung, dass das hochwertige Material des Heeres möglichst lange verwendet werden kann. Direkt bei den Truppenteilen ist die Instandsetzungs-Truppe mitverantwortlich für die Wartung und Instandsetzung auf niedriger. Materialer Haltungsstufe Allgemein für die Einsatzfähigkeit aller militärischen Ausrüstung Logistik-Bataillone sind zentral mit der Instandsetzung auf höherer Materialer Haltungsebene beauftragt. Die ehemals ausgeplanten Heeresinstandsetzungswerke für kompliziertere Instandsetzungsarbeiten sind aufgelöst und ihre Fähigkeiten zählen nicht mehr zum Fähigkeitsprofil des Heeres. Darüber hinaus gewährleistet die Instandsetzungs-Truppe im Verteidigungsfall und auf Übungen die Feldinstandsetzung des gesamten Materials des Heeres. Mit Waffen, Flugkörpern und Fahrzeugen und versetzt es in einen Feld brauchbaren Zustand. Darüber hinaus ist die Ergänzung von Ersatzteilen und Versorgungsmaterialien sicherzustellen. Im Einsatzfall ist die Instandsetzungs-Truppe befähigt. Ausgefallen ist Großgerät auf dem Gefechtsfeld zu bergen und in dafür vorgesehenen mobilen oder ortsfesten Einrichtungen wieder einsatzfähig zu machen. Zum Führungspersonal der Instandsetzungs-Truppe zählen häufig Ingenieure, Kfz-Meister und weitere technisch ausgebildete Soldaten. Zu beachten ist, dass insbesondere die Heeresflieger-Truppe über eigene Instandsetzungseinheiten für ihr Großgerät verfügt. Die Nachschub-Truppe ist zuständig für Bereitstellung, Verwaltung, Ausgabe und Transport der von der Truppe benötigten Versorgungsgüter wie Waffen, Fahrzeugen und Gerät, Munition, Betriebsstoffen und Ersatzteilen sowie Verpflegung. Die Nachschub-Truppe bildet Versorgungsgetten, die von der Streitkräftebasis, die die Grundleistung der Versorgung im Frieden sicherstellt, über die Großverbände des Heeres bis direkt in die Versorgungsteileinheiten reichen. Die Umschlagpunkte und Depots werden, wenn sie im Bereich des Heeres angesiedelt sind und nicht zur Streitkräftebasis zählen, maßgeblich durch die Nachschub-Truppe eingerichtet und betrieben. Besondere Bedeutung hatten die Depots im Kalten Krieg für die Mobilmachung des Territorial-Heeres. Das Spektrum der gelagerten und transportierten Güter ist vielfältig. Unterschieden wird im Wesentlichen in Mengenverbrauchsgüter, Güter, die verbraucht und von der Truppe in großen Mengen benötigt werden. Dazu zählen in erster Linie Munition, Kraftstoff und Verpflegung, Einzelverbrauchsgüter, Nachschubgüter, die einem Verschleiß unterliegen, aber entweder nur bei Bedarf oder in kleinen Stückzahlen an die Front geliefert werden müssen. Nicht-Verbrauchsgüter, alles, was normalerweise keinem Verschleiß unterliegt. Also zum Beispiel Großgerät wie Fahrzeuge etc. In den Bereich der Nachschub-Truppe fällt im Verteidigungsfall auch die Zustellung der Feldpost, deren sonstige Aufgaben in den Bereich der Streitkräftebasis fallen. Zur Verpflegung hätte die Nachschub-Truppe im Verteidigungsfall im Kalten Krieg eigene Bäckereien, Schlachtereien sowie Hygieneeinrichtungen wie Bäder und Wäschereien betrieben. Im Verteidigungsfall ist die Nachschub-Truppe außerdem für den Abtransport von Beutematerial zuständig. Ausbildung Die lehrgangsgebundene Ausbildung der Nachschub- und Transportanteile der Heereslogistik-Truppen übernimmt federführend. Die Logistikschule der Bundeswehr in Gahl steht für Logistikkräfte aller Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche. Die Logistikschule der Bundeswehr ist Teil der Streitkräftebasis, hat ihre Wurzeln aber maßgeblich in der ehemaligen Nachschub-Schule des Heeres. Zentrale Ausbildungsstätte für das militärische Traktierwesen ist das Einsatz- und Ausbildungszentrum für Traktierwesen 230 in Bad Reichenhall. Die lehrgangsgebundene Ausbildung der Instandsetzungsteile der Heereslogistik-Truppen übernimmt federführend das Ausbildungszentrum Technik-Landsysteme in Aachen. Das Ausbildungszentrum Technik-Landsysteme ist für die Teilstreitkräfte gemeinsame und Organisationsbereich übergreifende Ausbildung der Instandsetzer zuständig. Gelehrt wird aber nur die Instandsetzung für landgebundene Waffensysteme und Elektronik. Soweit diese Geräte bei den Truppen von Heer- und Streitkräftebasisverwendung finden. Kommandeur der Schule ist gleichzeitig der General der Heereslogistik-Truppen. Der General der Heereslogistik-Truppen ist in besonderer Weise für die Ausbildung der Heereslogistik-Truppen, also auch der Nachschub- und Transportanteile, verantwortlich. Für die Weiterentwicklung der Truppengattung ist seit Juni 2013 das Amt für Heeresentwicklung zuständig. Geschichte Die Heereslogistik-Truppe hat ihre Wurzeln in der Quartiermeister- und Feldzeugtruppe. Als ersten Schritt zum Aufbau der beiden Truppengattungen wurden im Gründungsjahr der Bundeswehr 1956 die Feldzeugtruppenschule in Sonthofen, sowie die Quartiermeister-Truppenschule in Andernach aufgestellt. Die Quartiermeister-Truppe entsprach der späteren Nachschub-Truppe. Die Feldzeugtruppe entsprach der späteren Instandsetzungs-Truppe. Truppenteile der beiden Truppengattungen wurden völlig analog bezeichnet. Quartiermeister-Kompanie, Feldzeugbataillon USW. 1969 erhalten die Feld- und Quartiermeister-Truppe ihre heutigen Bezeichnungen Instandsetzungs- und Nachschub-Truppe. An der Spitze stand zuletzt der General der Nachschub-Truppe und der General der Instandsetzungs-Truppe. Mit der zunehmend komplexeren Technik im Kalten Krieg wurden spezielle Truppenteile zur Wartung und Instandsetzung der Elektronik im Heer aufgestellt. Im Rahmen des WHNS übernehmen die beiden Truppengattungen wichtige Aufgabe rund um die Wartung und den Nachschub amerikanischer Sonderwaffen. Zeitweilig bildeten die beiden Truppengattungen Instandsetzungs- und Nachschub-Truppe die technische Truppe des Heeres mit entsprechend benannter Truppenschule. Die beiden Truppengattungen waren also in der Geschichte bereits häufig auf das engste verknüpft. In der Geschichte des Heeres waren davor auch immer wieder gemischte Einheiten und Verbände gebildet, die sich aus diesen Teilbereichen der heutigen Heereslogistik-Truppe zusammensetzten. Dazu zählen bzw. zählten die Stabskompanien, Versorgungsbataillone, Logistikbrigaden und gemischte Nachschubverbände. Folge richtig entstand durch Neuordnung der Truppengattungen im Zuge der Transformation der Bundeswehr aus den damals eigenständigen Truppengattungen-Nachschub-Truppe, Instandsetzungs-Truppe und den Transporteinheiten des Heeres die Heereslogistik-Truppe. Anstelle der Generale der Nachschub- und Instandsetzungs-Truppe wurde die Dienststellung General der Heereslogistik-Truppe geschaffen. 1. Logistik-Bataillon der Bundeswehr war das 2002 aufgestellte und inzwischen wieder aufgelöste Logistik-Bataillon 51. In der Streitkräftebasis sind heute ein Großteil der heutigen Kräfte für Nachschub, Transport und Instandsetzung der Bundeswehr angesiedelt. Im Heer verblieben vor allem die Truppenteile, die unmittelbar die logistische Unterstützung bis hin zur Gefechtslogistik für die Kampftruppen des Heeres unmittelbar sicherstellen. Den logistischen Grundbetrieb im Frieden zu sichern, ist dagegen vorrangig Aufgabe der Truppenteile der Streitkräftebasis. Neue Aufgaben für die Heereslogistik-Truppe erwuchsen der Truppe durch die Übernahme der bisher organisch in die Truppenteile des Heeres eingegliederten Wartungs- und Instandsetzungszüge der Stabs- und Versorgungskompanien, die auf niedrigeren Materialerhaltungsstufen bisher direkt bei den Truppenteilen deren Gerät wartete und instandsetzte. Im Einsatz und im Heimatland wurde seit der Ende des Kalten Krieges die Kooperationen mit privatwirtschaftlichen Unternehmen und zivilen Behörden auf dem Gebiet der Logistik ausgebaut. Beispiele dafür sind die Heeres-Instandsetzungs-Logistik, die originäre Aufgaben der Instandsetzungs-Truppe übernimmt, sowie die Gründung der Bundeswehr-Dienstleistungszentren, die wichtige Versorgungsaufgaben in den Garnisonen übernimmt, wobei zu beachten ist, dass viele dieser Funktionen schon vor der Transformation von den Standortverwaltungen geleistet wurden und daher bereits zivil organisiert waren. Organisation Die Heeres-Logistik-Truppen sind eine Truppengattung im Heer der Bundeswehr, die zu den Einsatz- und Führungsunterstützungstruppen zählt. Die Heeres-Logistik-Truppen bestehen aus den ehemals getrennten Truppengattungen nach Schub-Truppe inklusive der Transporteinheiten des Heeres und der Instandsetzungs-Truppe. Auf Ebene der Bataillone und Regimente erbringt die Heeres-Logistik-Truppe direkt mit den eingegliederten Versorgungsdiensten Leistungen unmittelbar. Bei der Truppe. Konkret wurden beispielsweise die ehemals zu einem Panzer- oder Panzer-Grenadier-Bataillon gehörenden Instandsetzungszüge der Stabskompanien heute durch die logistischen Dienstleister ersetzt. Neben den zu den Heeres-Logistik-Truppen zählenden Truppenteilen haben aber viele anderen Verbände im Heer eigene Transport-Nachschubmaterial und Instandsetzungsgruppen. Diese auf Ebene der Regimenter, Bataillone und Kompanien für die Logistik zuständigen Kräfte sind häufig weiterhin organischer Teil dieser Truppenteile und zählen zu der Truppengattung, dem ihr übergeordneter Truppenteil zugeordnet ist. Sie arbeiten aber eng mit den Heeres-Logistik-Truppen zusammen. Große Transportkapazitäten besitzen im Heer vor allem die Transport-Hubschrauber-Regimenter der Heeres-Flieger-Truppe. Diese sind aber Teil der Heeres-Flieger-Truppe und zählen nicht zu den Heeres-Logistik-Truppen, die ausschließlich landgebundene Transportkapazitäten umfassen. Nicht zur Heeres-Logistik-Truppe, sondern überwiegend zur Pioniertruppe zählen nicht die Kräfte zum Betrieb der NATO-Pipeline, die das Rückgrat des Kraftstoff-Nachschubes in der Bundesrepublik darstellte. Die ebenfalls im Kalten Krieg von der Bundeswehr betriebenen Fähren zählten nicht zu den Truppenteilen der Nachschub- oder Transport-Truppe, sondern waren ebenfalls Teil der Pioniertruppe. Die Heeres-Logistik-Truppen sind ihrem Namen entsprechend eine Truppengattung, die ausschließlich im Heer zu finden ist. In der Streitkräfte-Basis werden vergleichbare Kräfte einschließlich der Heeres-Uniform-Träger in der Streitkräfte-Basis unter der Bezeichnung Logistik-Truppe zusammengefasst. Auch die anderen Teil-Streitkräfte und militärischen Organisationsbereiche besitzen vergleichbare logistische Kräfte. Dort werden aber keine Truppengattungen definiert, sodass eine Logistik-Truppe im engeren Sinn nur in der Streitkräfte-Basis und im Heer besteht. In der Marine sind Logistik-Kräfte unter anderem in den 60er-Verwendungsreihen zusammengefasst. In der Luftwaffe sind vor allem im Dienstbereich, technischer Dienst, Versorgungsdienst, viele Logistik-Kräfte der Luftwaffe vertreten. Die Heeres-Logistik-Truppen bilden im dreistufigen logistischen System der Bundeswehr die logistische Stufe 2 ab. Aktive Truppenteile im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr wurden die Heeres-Logistik-Truppen umgegliedert und die Verbände in Versorgungsbataillone umbenannt. Zu den Heeres-Logistik-Truppen zählen außerdem weitere Anteile an multinationalen Versorgungsverbänden. Für die logistische Unterstützung der Luftlandetruppen der Bundeswehr besitzen die beiden Fallschirmjägerregimenter mit ihren acht Kompanien jeweils eine Luftlandeversorgungskompanie. Diese Kompanien beinhalten neben einer Umschlag-Transportstaffel und einem Instandsetzungszug auch einen Fallschirmgeräte-Luftumschlagzug und einen Luftumschlagzug. Somit besitzen beide Kompanien die Fähigkeit des strategischen als auch taktischen Luftumschlags. Das Gebirgsversorgungsbataillon 8 ist zur Logistik im schwierigen Gelände oder unter ungünstigen klimatischen Bedingungen befähigt. Das Einsatz- und Ausbildungszentrum für Traktierwesen 230 bündelt die Fähigkeiten des Heeres im militärischen Traktierwesen des Heeres. Ihre Mauertiere und Haflinger sind neben den Diensthunden der Bundeswehr die einzigen Tiere in Diensten der Bundeswehr und gehören zu den publikumwirksamsten Heeresangehörigen überhaupt. In gebirgigem Gelände und bei schlechtem Wetter sichern die Traktiere den Nachschub in schwierigem Gelände. Truppenteile der Heereslogistik Truppen der Bundeswehr, wenn auch nicht im engeren Sinne zur Heereslogistik-Truppe zählend, haben folgende drei Depots besondere Bedeutung für die Logistik im Heer. Diese Depots sind die letzten, größeren, verbliebenen Depots des Heeres. Die Depots dienen als Umschlagspunkt und zur Langzeitlagerung technischen Gerätes. Fahrzeuge werden dazu konserviert, d.h. ohne Betriebsstoffe und bei Kettenfahrzeugen ohne gespannten Ketten. Eingelagert und erst im Falle der Mobilmachung wieder betriebsbereit gemacht. Außerdem werden in den Depots auszusteuernde Fahrzeuge zerlegt, Ersatzteile entnommen und diese dann der aktiven Truppe zur Verfügung gestellt. Teilweise werden Fahrzeuge auch komplett technisch instand gesetzt und der Truppe zugeführt. Der Rest wird dann der endgültigen Verschrottung zugeführt. Ausrüstung Fahrzeuge Die Heereslogistik-Truppe verfügt über umfangreiches Gerät zur Erfüllung ihrer Aufträge. Bergepanzer 3 Büffel Fahrzeugkran leicht Fahrzeugkranmittel Schwerlasttransporter SLT Lelefant LKW 2 TMIL GL LKW 5 TMIL GL LKW 10 TMIL GL LKW 15 TMIL GL Multi Allschutztransportfahrzeug Nachschub- und Transporteinheiten greifen dabei vor allem geländegängige LKW zurück. Für den Transport größerer Fahrzeuge auf den Schwerlasttransporter SLT Lelefant Verschiedene Bergepanzer und Fahrzeugkräne ermöglichen die Bergung anderer Fahrzeuge und ermöglichen die Feldinstandsetzung des Wehrmaterials. Der ATF DINK dient der Sicherung der Heereslogistik-Truppe. Die Waffenfarbe der Heereslogistik-Truppen, gezeigt beispielsweise als Farbe der Litzen- und Kragenspiegel, ist mittelblau. Die Waffenfarbe der Quartiermeister-Truppe war bei Wiedereinführung der Kragenspiegel zunächst hellblau. 1962 erhielt die technische Truppe einheitlich mittelblaue Kragenspiegel. Die Farbe des allerdings relativ selten getragenen Barretts ist korallenrot. Beim Barrettabzeichen gibt es aufgrund der verschiedenartigen Wurzeln der Heereslogistik-Truppen zwei verschiedene Barrettabzeichen. Dies ist ungewöhnlich in der Bundeswehr, in der die meisten Truppengattungen sollten nicht besondere Truppen dienstliche Unterstellungen davon abweichendes Bedingen nur ein Barrettabzeichen aufweisen. Nach der Ausplanung der Heereslogistik-Truppen wurde aber kein einheitliches Barrettabzeichen befohlen, sondern die Barrettabzeichen der aufgelösten Nachschub-Truppe und der Instandsetzungs-Truppe fortgeführt. In der Heereslogistik-Truppe tragen die Instandsetzungskompanien das Barrettabzeichen der aufgelösten Instandsetzungs-Truppe, die Nachschub- und Transporteinheiten das Barrettabzeichen der aufgelösten Nachschub-Truppe, Das Barrettabzeichen der Instandsetzungseinheiten zeigt ein vom Eichenkranz eingefasstes Feldzeugzeichen. Das Feldzeugzeichen deutet darauf hin, dass die Instandsetzung in den Anfangsjahren des Heeres als Feldzeugtruppe bezeichnet wurde. Die Barrette der Nachschub- und Transporteinheiten zeigen einen vom Eichenkranz eingefassten Flügelstab mit Eisenbahnrad, der auf die Anfänge als Trängverbände verweist. Die Uniform der Heereslogistik-Truppen entspricht der Uniform der Heeresuniform-Träger in der Logistik-Truppe der Streitkräfte-Basis. Punkt. Punkt. Taktisches Zeichen für Truppenteile der Heereslogistik-Truppenteile ist dem allgemeinen NATO-Schema entsprechend ein waagerechter Schraubenschlüssel. Über einem waagerechten Balken, der einen Fahrweg symbolisiert. Je nach Bestimmung des Fahrzeugs oder des Truppenteils sind auch die Einzel-Elemente gebräuchlich und Abwandlungen für besondere Truppenteile der Heereslogistik-Truppe. Ein Speichenrad im taktischen Zeichen steht ganz allgemein für Transporteinheiten. Einige Beispiele sind umstehend abgebildet. Punkt. 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 Dienstgradbezeichnungen. Niedrigster Dienstgrad in den meisten Truppenteilen der Heereslogistik-Truppen und weiterer Truppengattungen ist der Schütze. Er entspricht dem Dienstgrad Jäger, Funker, Panzer, Grenadier, USW, anderer Truppengattungen. Die übrigen Dienstgrade entsprechen den allgemeinen Dienstgraden der Bundeswehr. Besondere Dienststellungen. Eine besondere Dienststellung ist der Schirrmeister, der nicht zwangsläufig Teil der Heereslogistik-Truppe ist, aber immer Teil der Instandsetzung-Dienste eines Truppenteils. Eine weitere besondere Dienststellung im Bereich der Nachschubdienste ist der Truppenversorgungsbearbeiter-Streitkräfte. Siehe auch. Heeresinstandsetzungs-Logistik Nachschubdienste Versorgungsnummer Versorgungsnummer Versorgungsnummer